Bis jetzt habe ich leider noch keinen In-Hits dafür, wie lange das hier schon verlassen sein muss. Vor allem, wenn man da noch was findet von einer Geschichte. 21.07.2005. Das sind solche... Was haben wir? Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns in einem verlassenen Wohnhaus. Hier hinten steht auch schon ein Klavier. Ich weiß gar nicht, wo funktioniert das? Wir werden das einmal probieren. Hier kommt tatsächlich noch ein Ton raus. Ja, heute mit dabei der Bevin, Gigi, Urbex und Kim. Alle wieder in der Infobox verlinkt. Das haben wir jetzt durch Zufall gefunden. Wenn ihr mit bei der Reise dabei sein wollt, dann kommt einfach mit. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, und den Keller gehen wir mal lieber nicht. Denn der steht unter Wasser. Da sind noch solche Stoffblumen, die da drin liegen. Ich weiß nicht, ob man den hier so sehen kann auf der Kamera. Wow, Leute, guck das mal an. Aber hier ist schon echt viel zerstört. Aber hier, die kleinen Details. Und hier haben wir noch ein Klavier. Guck mal, hier unten stehen sogar noch Schuhe. Und hier sehen wir wieder, dass es ein sehr gläubiges Völkchen ist. Und hier sehen wir, dass die Leute, die da drin waren. Und hier sehen wir, dass es ein sehr gläubiges Völkchen ist. Hier hinten befindet sich noch ein Kameel, kann man den sehen, guckt mal, Stoffpflanzen gibt es ja auch noch und das Klavier ist tatsächlich das einzige hier, was noch nicht so richtig wirklich kaputt ist, die ganzen Fensterscheiben schon eingeschlagen, hier überall. Das muss einen Heidenlärm gemacht haben und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Nachbarn da wütend werden, ja und hier die Scheibe ist auch noch ganz, aber die Decke hier ist bereits auch kaputt, hier ist das Dach auch schon kaputt, deswegen ist die Couch hier auch ein bisschen kaputt, weil hier ist schon echt viel randaliert worden, alles kaputt geschlagen. Das ist ein bisschen alten Schrank, wunderschön verzehrt, war bestimmt mal eine richtig, richtig schöne Location. Dann werden wir weiter, ob wir hier noch was finden, was darauf schließen lässt, wie lange das hier schon verlassen werden muss. Ja, und die Post kommt seit Jahren auch hier auch noch an, so wie das ausschaut. Alles quillt über und liegt hier auf dem Fußboden. Durch Zufall gefunden. Ja, das war eine Sitzecke hier. Und hier stand bestimmt mal ein Kamin oder eine Ölheizung, das könnte auch eine Ölheizung gewesen sein, weil da ein Schlauch rausgeht. Okay, guck mal hier im Auto, das sind auch noch, eine alte Brille liegt hier auch noch, guckt mal Leute. Und oh, eine alte Küche, Wahnsinn. Guck mal hier, das ganze Dach ist undicht. Aber hier finden wir echt noch einige Sachen. Ja, die ganzen Gewürzgläser liegen schon auf dem Boden. Also Einwegbesteck liegt ja auch noch rum. Eine alte Dunstabzugshaube und ein Kühlschrank, wo sicherlich nichts mehr drin liegen wird. Ja, dachte ich mir. Und hier konnte dann abgespült werden. Aber wir haben sie ja bereits auch schon die Mischbatterie geklaut. Hier liegen auch noch ein paar Schuhe rum. Und hier war auch noch mal ein Ofengewissen. Ich weiß nicht, was das vielleicht war. Vielleicht eine Waschküche oder irgendwas, weil hier sind Fliesen. Aber er gibt der Boden auch schon nach, weil das ganze Wasser von oben durchläuft. Ja, ich weiß nicht, was es genau ist. Aber so sieht das ganze von draußen aus. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt dann oben ausschaut, in der ersten Etage. Aber hier sieht man schon, wie sehr sich die Natur allmählich alles wieder zurückrollt. So, okay, ich bin jetzt mal hier in der ersten Etage. Okay, tja. Guck mal, hier hängt auch ein bisschen Teppich rum, aber hier diese ganzen Spinnenweben Leute. Guck mal hoch. Guck mal, hier geht's gleich weiter. Hier liegt noch ein alter Fernseher. Kaputt. Hier eine Kommode. Die Tapeter löst sich bereits auch von den Wänden durch die Feuchtigkeit. So eine alte Matratze. Und Schimmel, Leute, Schimmel. Schauen wir weiter. Wow, guck mal. Ah, hier den alten Spiegel an. Und das sind solche Sachen, wo man gucken muss, ob das noch stabil ist oder nicht. Guck mal, hier ein altes Schlafzimmer findet man ja auch noch. Aber das Haus ist wirklich den Untergang geweiht durch das an. Also, schon eine schöne Location, muss ich sagen. Guck mal, hier liegt noch eine Tasche. Da müssen wir wirklich aufpassen, wo wir hintreten. Ja, und solche Kugodillederschuhe. Ich nehme mal an, die Leute, die hier gewohnt haben, waren schon sehr alt gewesen. Hier hinten fängt bereits an, die Decke runterzukommen. Das war ein alter Kleiderständer noch. Und hier unten könnt ihr schon auf den Dachboden gucken. Okay, schauen wir weiter. Hier der Boden ist auch mega kaputt schon. Und, ja, was haben wir hier noch? Das sieht aus wie ein Ankleidezimmer oder irgendwas. Hier ein Schminkspiegel noch. Kennt ihr sicherlich noch, ne? Da waren auch mal Figuren gewesen. Aber die sind leider kaputt. Und hier überall Löcher im Dach. Und hier waren auch mal Sachen drin gewesen. Beziehungsweise liegen sie jetzt hier einfach nur auf dem Boden verstreut. Ja, es ist immer traurig, sowas zu sehen. Aber hier ist nicht nur Vandalismus, sondern auch der natürliche Verfall wiederzusehen. Schauen wir mal, was es hier noch gibt, wenn der Boden noch safe ist. Ja, hier finden wir auch noch ein weiteres Zimmer mit einem Schlafzimmer. Wow. Guckt mal, Leute. Hier. Mega schön. Und hier ist auch wieder eine Figur. Nur leider fehlt da schon der Kopf. Ja, auch wieder so ein Schminkspiegel. Hatten die ja wahrscheinlich öfter gehabt, ne? In irgendwelchen alten Schlafzimmern. Und hier, weiß ich nicht, ob man das sehen kann, fliegt gerade ein Spinnweb hoch. Vor allem diese Verzierungen hier an dem Schrank. Ja, bezahlen manche Leute richtig viel Geld für. Und so wie es ausschaut, waren die Leute auch krank gewesen. Ich glaube, das sind solche Katheterbeutel. Berichtigt mich bitte, sollte ich da falsch liegen. Aber ich glaube, das sind solche Katheterbeutel. Oder, ja, so künstlicher Darmausgang oder irgendwie sowas. Bis jetzt habe ich leider noch keinen Indiz dafür, wie lange das hier schon verlassen sein muss. Aber ich nehme an, die Leute, die hier gewohnt haben, waren schon etwas älter gewesen. Das erklären einige Sachen, die ich hier auf dem Boden gesehen habe. Wie gesagt, berichtigt mich, sollte ich da falsch liegen. Aber wir schauen jetzt einfach mal in das nächste Zimmer. Und da sehen wir auch schon wieder ein weiteres Schlafzimmer. Wow. Das ist ja mal komplett kaputt hier, ey. Da hat ja hier jemand wieder ganze Arbeit geleistet. Finde ich echt traurig. Ja, ein weiterer Schminkspiegel und eine Schatulle. Finden wir hier noch was drin? Ein Alles leergeklaut. Und hier finden wir noch einen Kopf von einer Figur. Tja, wie findet ihr solche Locations? Also ich finde das immer ganz interessant. Vor allem, wenn man da noch was findet von einer Geschichte. Wer hier mal gelebt hat, wann es verlassen wurde. Und warum? Ich nehme an, das wurde hier einfach nur verlassen, weil die Leute vielleicht verstorben sind. Oder es war einfach nicht mehr wirtschaftlich, dieses Haus instand zu halten, da es doch schon sehr, sehr stark zerstört ist. Wir gehen wieder runter. Ja. Ein echter Zufallspund, ja. Wieder auf einer Tour durch Belgien. Gucken wir mal. Ich habe hier was gefunden. Eine Kondensmeld. Da muss doch noch irgendein MHD draufstehen. Hier sind überall Springweben. Da gucken wir jetzt mal. Wir gucken mal, ob wir da was finden. Steht meistens unten drauf, ne? Guckt mal hier. 21.07.2005. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das hier ungefähr schon verlassen ist. Das stellen wir wieder zurück an seinen Platz. Hier spielt auch schon Wasser drin. Finden wir hier unten noch was. Ja, hier ist immer so eine alte Brotbübse und überall diese Spinnweben. Wahnsinn. Der Kühlschrank auch schon total verrostet. Genauso wie die Dunstabzugshaube. Hier noch ein altes Bild von einem Aquarium. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ganz wichtig, auch die Glocke aktivieren. Da verpasst ihr kein Video mehr. Schaut auch gerne mal bei den anderen Leuten vorbei. Die Links dazu findet ihr, wie immer, in der Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns Samstag, 18 Uhr bei einem neuen Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin.